So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Left 4 Dead 2. The Sacrifice ist die Kampagne, wir sind mittlerweile quasi in den Left 4 Dead 1 Kampagnen angekommen, da wir die originären Left 4 Dead 2 Kampagnen jetzt alle durchhaben. So, wir sparen jetzt von dem Anfang erstmal ein bisschen Munition und machen uns viel Spaß heraus, sie mit unserem Schwert zu filetieren. So. Insofern sie uns nicht vor der Nase weggeschossen werden, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ach, wo ist er? So, okay. Jawohl. Ach. Oh, verpisst euch doch einfach. Mistviecher. So. Aber der Splitter ist hier, glaube ich, noch irgendwo unterwegs, oder? Schauen wir mal, was ist denn hier drin? Ja, klar. Na, wir behalten mal die Shotgun erstmal. Ich glaube, das ist ein bisschen aufregender. So. Theoretisch werden wir da unten auch weiterkommen, glaube ich. Hallo. Ich dachte, ich krieg' ihn selber. Leider nein. Leider gar nicht. So, hallo. Da kommt's. Unangenehm, unangenehm. Äh. Jetzt ist die Frage, waren wir nicht eben hier? Ich glaube schon, oder? Genau, hier kam er rein. Ah, hüpfen wir mal oben durchs Fenster, oder? Ich denke, da wären wir richtig, aber... Äh, ja. So, keine Ahnung, was der da versucht hat. Na. Ist aber nicht nett. Okay, dann mal weiter. Oh. Das ist ja auch immer gleich alles in die Luft fliegt, also, das ist ja. Der Wahnsinn. So. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Ja, der Jucky ist hier irgendwo da. Okay. Na. Na. Hat den kurz geleckt, oder? So. Na. Ich finde nochmal schon, was hier drin ist. Oh. Na. So. In der Zerl auf jeden Fall. Und ein Tank. Offenbar. Wo sind wir auch da? So. Sehr schön. Lief doch wunderbar. Hallo, Freunde. Na gut. Across the ship. Ähm. Ähm. Ja, Leute, ihr dürft euch auch bewegen. Ihr müsst dann nicht einfach nur rumstehen. Hm. Guck mal da. Hoch. Na, scheint mir nicht so. Ich glaube, wir müssen da hinten lang, oder? Ja. 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 Ich probiere es zumindest genauer. Genau, das passt hier. So. So, aber darüber machen wir schon. Okay. Der eine oder andere kotzt. Dem hat, ja, der überlebende, den er gegessen hat, man nicht so gut geschmeckt. Ich verneuere einen Streit mal. Oh. So. So. Okay. Na? immer schon mal was da oben ist dann haben wir schon militärisch warum nicht das schiff so cool müssen wir uns hier langsam mann und okay ok das ist ja vor der spiel können es nicht die Stuben nimmt hoch oder Leiter ist es, ja ich höre ihn doch war gut gut, der der Hunter, der hat sich selber ausgeschaltet ganz erfolgreich da schwimmt er ja top so müssen wir da weiter ich glaube schon, oder? hop so, dann kommt jetzt hier vermutlich auch das nächste Safehouse schauen wir mal genau so, dann schaff ich es hin na okay so, dann in Ruhe kein Grund na was ist sowas? so und da ist das Safehouse wirklich viele von denen unschädlich machen dann können wir auch keinen anderen mehr verletzen so ok hätten wir das auch wieder geschafft top top sehr gut sehr gut so, jetzt würden mich natürlich die Nahkampfwaffen nochmal interessieren aber es kommt immer so spät, dass er das anzeigt ja aber dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann und ciao Nahkampfwaffe 73 ok ok